Es war super, also ich würde sagen, es ist so mit der beste Dark Ride, den ich überhaupt gefahren bin. Also Snorri wird auf jeden Fall wunderbar hier eingeführt, überall in jeder Ecke steht Snorri, auch mal animiert, auch mal in den Filmen. Also ich finde wunderbar, leitet wirklich durch die gesamte Fahrt eigentlich einen hindurch. Also Thematisierung wirklich top, ich bin eh schon Snorri-Fan von erster Stunde und ich war jetzt echt total geflasht drin, wirklich. Es ist wirklich total schön gelungen, ja. Ich fand es grandios, super geworden, wirklich, hat mir wunderbar gefallen. Man kann es nur empfehlen, das muss man gesehen haben und ich werde es wieder fahren. Also da kriegt man ganz viel Lust drauf, wenn der Wasserpark nur halb so toll thematisiert ist wie Snorri jetzt, dann wird es ein Riesenerlebnis und ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Hallo.